1, 2, 3 Guten Morgen, ja passt. Guten Morgen, es ist noch früher Morgen. TVT, ich bin gespannt. TVT ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal gar nicht so einfach dieses Matchup. Auf geht's ins Platzierungs-Match TVT. Auf, auf! Wäre natürlich doof, wenn wir das Platzierungs-Match verkacken. Das sollte eigentlich nicht passieren. Bzw. ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich sowieso gegen Diamond spiele und gegen Diamond verliere, ist das glaube ich gar nicht so schlimm von der Wertung. Wir spielen Repo Fast Expand, aber ich sollte auch mal scouten gehen. Es gibt ja jetzt auch neue Maps, das finde ich immer sehr gespannt. Vor allem auch so eine extrem große Vier-Spieler-Map gibt es wieder. Da muss man dann wieder umdenken. Könnte man aber theoretisch CC First spielen auf der großen Linde. und dann wieder mit dem Ich habe hier ein bisschen rumfahren. Bzw. 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 Gut, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht, das ist aber nicht weiter schön. Jetzt können wir das hier bauen. Umfährst zurück, sehr schön. Und wir spielen zwei Lüber. Was ist denn da hin und ich brauche mir die auf dem Watt gehen? Ha! Läuft doch alles nach Plan bisher. Was sprengt dabei aus? Ich wohne das. Ich habe einen Broker. Das war wahrscheinlich nicht ein Arbeiter. Darf halt nur nicht so viel am Anfang verlieren, dann muss man nur ein bisschen aufgreifen. Wo kann ich noch? Oh nein. Das sieht mir doch ganz aus, als ob der einen 16 Marine Drop spielen will. Schaut zumindest so aus. Ihr dürft wieder da runter und dürft dann gleich nochmal da reinspringen. Ich brauche jetzt hier unbedingt Einheiten. Nein. Gar nicht gut. E-Base, Supply, De-Post. Das brauchen wir jetzt. Und so wird vielleicht boostet er ja rein. Jetzt geht's rund. BBS Einsatzbereit. Machen wir in die Hölle ein. Okay. Mal scouten, was er so spielt. BBS bereit. We finished that add-on. Nice. Ist hier auf jeden Fall im Tank stehen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das heißt, wir können jetzt das jetzt mal canceln. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. Mein Fakt ist ja, er muss angreifen. Wenn er nicht angreift, verliert er. Im Normalfall. Zumindest so, wie er gerade spielt. Darum verwundert mich das ein bisschen. Oh, da hat der... Na gut, mittlerweile kann er jetzt... Da kommt er. Bases under attack. Additional supply depots are required. Our SCVs are under attack. Hey, they're attacking our base. Minerals, now. Get them. Das ist ja ein interessanter Olden. Okay, die sind ja noch gar nicht. Not enough Minerals. Los, los, los. Research complete. Los, get up, los, ex, dich um. Hey, they're attacking our base. The Minerals have up and gone. No, you can't build there. Minerals, now. Get them. Niners, now. Gears, now. Ich finde, wir brauchen so bleiben für uns erstmal. Hey, they're attacking our base Schlechte Neuigkeit? Was nicht passen wird Mineral field depleted Hier? Auf der Bahn An sich hier? Wann geht's? So raus, da dich vallor! Halt mir weg! Los, gelablos! Oh Gott! Krieg ich den repariert gegen den Battle Cruiser? Ich krieg den zwar repariert... Ah, na gut, ne! GG! Boah! Das war ein cooles Spiel! Also, hat er gut gespielt! Gott, ich bin Platin! Ich kriege mir. Und da späts euch ein! Einer hat es mit dem Klinik zu wissen! Ja, der kann das Problem entnehmen! Es ist mit dem Klinik zu das, mit dem Klinik zu spät, Vielen Dank.